Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons & Dragons in Space Shuttles. Ich habe ein Häuschen gebaut, mal wieder, für unsere Gartenplotters, also quasi kleines Farminghaus. So nicht ganz fertig, das Dach fehlt noch, aber ich dachte mir, das ist ganz nett. Gebaut aus Treated Woods und Framed Glas. Framed Glas ist quasi hier einmal Glas mit Metall und daraus kann man Paints machen, also Glasscheiben. Und die Tür, super cool, ist diese Malissus-Mali-Dingsbums-Door und da gibt es einen Doormaker, der super einfach ist. Wie heißen die? Malissus-Doors. Okay, das ist das Ding hier. Door Factory, die ist super günstig. Door Factory. Bisschen Eisen, ein bisschen. Und hier können wir nämlich unsere eigenen Türen machen, also hier können wir festlegen, was die Tür kann und das Material, also Frame-Typs, immer das Frame außenrum, also das braune und das Innenmaterial oben und unten ist das und das, also quasi in dem Fall Glas und einfach, ja, aus Treated Wood und den beiden Framed Glas, super cool. Und dann habe ich Strom reingelegt, einfach über die schönen Wires, weil das auch schön passt. Und jetzt haben wir hier, ja, und die geht auch selbst wieder zu. Jetzt habe ich hier die Dinger vorkleben und habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe einmal Wood Seeds gemacht, weil die günstig sind, also die sind wirklich sehr günstig, die kosten nur Inferior Essence, weil ich nämlich Setzlinge machen wollte und also freie Setzlinge haben wollte von verschiedenen Bäumen. Und natürlich wieder unsere, ähm, Seeds. Und es wächst alles schön. Ich habe jetzt hier erstmal den Storage Tank so hingestellt und die, die, ähm, Fluiducts, da haben wir das erstmal halb manuell, aber es ist okay, es hält eine ganze Weile. Wasserquelle und ich wollte nämlich gerne Dark Oak Bäume machen und zwar normale. Ähm, das ist nämlich eigentlich ein ganz guter Tipp, dass man die halt zum schnellen Holzfarmen nutzen kann. Und wir wollen eine Broad X auch noch bauen. Da reicht erstmal eine ganz schnelle, ähm, eine ganz einfache, meine ich. Ähm, hatte ich noch Kobalt, aber ich glaube, so viel Kobalt habe ich gar nicht, ne? Wandersteel. Ähm, die kostet halt 16. Das ist halt echt viel Boron. Ich kann Boron nehmen, ne? Ich kann Boron nehmen, ja. Ah, eine gute Idee. So, und, ähm, Danger Seeds, genau. Und jetzt brauchen wir Dark Oak. Dark Oak. Weil ich habe nämlich welche geholt. Und wie viele habe ich geholt? Weil ich, genau, ich war unterwegs gewesen. Ähm, wo sind sie jetzt hin? Das ist ein Kackschild. Ähm, ich habe genau drei. Ach, ne, ich habe ja bestimmt die, die Dingens, ähm... Wo sind sie? Da... Ne, das sind sie nicht. Habe ich sie gepflanzt? Da hinten habe ich sie gepflanzt, genau. Die, ähm, Dynamic Trees, aber die wachsen halt so langsam. Und da habe ich gar nicht mehr zu warten. Deswegen nehmen wir die großen, die können wir wachsen lassen. Und einfach wieder fällen. Ja. Wir müssen eben kurz eine Gussform, glaube ich, gießen für die... Obwohl, ne, glaube ich, nicht. Oder habe ich die gemacht? Ich müsste die gemacht haben, Brodex, ja. Gut. Fertig? Nein. So, dann brauche ich Stein und Holz. Sind die Optifine im Pack oder warum backen die Kisten so? Habe ich Optifine reingepackt? Eigentlich nicht. Oder? Glaube nicht. So, wir brauchen ein Ding jetzt und eine... Habe ich auch aus Holz? Ja. Und die Platte wird aus Stein. Zum Reparieren. So, ich habe Loot geholt, genau. Ein paar mehr von der Kiste. Ich habe zwei Dörfer gefunden. Wir gucken mal auf die Karte, wo ich war. Ich war... Ich bin hier links hoch, genau. Weil ich habe nämlich... Ich wollte ein Terrakotta-Bium finden. Also dieses... Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Habe leider keins gefunden. Bin hier hoch. Hier im Schnee. Das Wüste dachte ich, oh yeah, geil. Hier ist das erste Dorf gewesen. Und wieder ein... Mösef Engineering Gebäude. Sehr nice. Und dann ging es hier so runter. War ich da gewesen? Ah ja, genau. Hier ist ein Dorf. So ein Tiki-Tiki-Dorf. Von den lustigen Tiki-Dingern da. Wo auch ein Boss drin steht. Das hier ist kein Terrakotta. Das ist bloß blanke Steine. Rote Wüste. Gelbe Wüste. Piratenschiff. Wüste. Also Pyramide meine ich. Ein paar Dungeons in der Pyramide. In der Wüste, wo ich aber nicht drin war. In mein zweites Dorf. Mehr Gedönse. Und irgendwo habe ich noch einen Drachen ausgeraubt. Wo war der Drache? Der Drache, der Drache war... Nee, hier ist der neue Drache. Ähm... Wo habe ich den Drachen ausgeraubt? Hauptzug, Drachen, Hauptzug. Ich weiß nicht mehr. Irgendwo. In der Nähe von dem Dorf, glaube ich. Ähm, ja. Da ist noch ein Dorf. Also drei Dorf. Und das war ein cooles Biom. Das war so ein Sand-Lush-Biom. Aber auch nicht das, was ich gesucht habe. Und deswegen bin ich hier runter zurück. Und, äh, ja. War's das dann. Ich hab einiges an Bricks mitgebracht, weil in der Wüste irgendwo ein Dungeon war, wo die Häuser drumherum aus Bricks waren. Die hab ich mitgebracht, weil... Die sind teuer sonst. Und Bricks sind toll. Ja. Ähm, ansonsten... Loot-technisch halt einiges wieder an Platten verschiedenen... Waren das die Motoren? Nicht, glaub ich, andere Motoren. Doch, hier. An meinen Motoren gefunden. Ähm... Bisschen aufgeräumt. Das ist mir jetzt versucht. Ja. Ansonsten, ich will einfach nur... Material haben zum Bauen. Wir müssen jetzt den Carpenter bauen. Kaboom. Will ich Redstone draufpacken? Noch hab ich genug Redstone. Und unten gibt's ja noch genug Redstone. Von daher. Vielleicht ja. Eins. Zwo. So, zwei. Und drei. Ja. Okay. Wir schauen mal. Hui. Ob das funktioniert. Das sind meine Bäumchen. Nicht so gut gewachsen. Und dann... Bist du auf sieben? Ne. So. Wow. Mhm. Sehr schön. So. Und so können wir jetzt... Oh, ich bin so... Oh, so viele Redklinge dann super. Perfekt. Natürlich auch jetzt mit den... Essence... Mit dem Holzessence... Können wir jetzt natürlich auch direkt... Ne? Holz machen. Aber ja. Nicht so viel. Meistens, oder? Es... Mhm. Goldessence. Ah, es ist nicht so viel. Aber wenn wir mal... Spezielles Holz brauchen. Versetzlinge. Dann schon. Gut. So viel dazu. Weiter geht's in der Technik. So. Du kommst weg. Ihr kommt weg. Ich hab mir zweite Blockkiste eingerichtet. Das ist jetzt... Die hier. Für Blocks, die wir eher nicht so brauchen. Für Krimskrams. Ja. Okay. Also. Ähm. Der Carpenter. Der Carpenter. Ahem. Dafür brauch ich... Coolen Cells. Ich hab... Wohl leere Zellen gehabt. Oder auch nicht. Da, drei. Mhm. Zweimal... Dann brauch ich nochmal zwei. Noch 10 Platten. Oh, hab ich den Hammering getetet haben. Hier ist einer. Ähm. Lehre Center. Glasscheiben. Und dann. Tintintin, die, die, die... Hopp. So, also ich brauch... Wasser. Sechs Stück. Und Schneebälle. Wird schon hier drin, oder? Snowballs. Oh, Marzelle. Ob ich jetzt Schneebälle hingetan? Wo sind die Schneebälle? Schneebälle, Schneebälle. Hier? Da? Da. Okay. So, für das... Für die brauche ich jetzt Ovium und Zinn. All das Ovium, was ich besitze. Fast. Dann brauche ich Fadenglas. Das war Ob-Sie-Und-Blätt. Ob-Sie-Lian-Pulver. Habe ich keins mehr. Irgendwo hier. Habe ich es noch hier. Bisschen Eis zerlegt, wie immer. Bisschen Tools klein geschreddert. Hier müssen wir mehr Platz haben. So, das kommt hier rein. Das ist auch Slack. Die können wir schon mal ablegen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Stahl- und Bronzeplatten. Das heißt, das kommt hier hin. Dann brauchen wir ein Motor. Stein. 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 Spiel. Und zwar, das wird gemacht aus... Mix & Match. Alloy. Nickel und Kupfer. Okay. Habe ich noch Nickel? Oh Gott, ich habe kein Nickel mehr, oder? Doch. Huff. Gott sei Dank. 14 und Kupferl, habe ich gesagt. Kupferl. So. Oder? Ah, ja. Okay. Obwohl, Platz sparen ist besser als... Weil, momentan ist Platz ein bisschen problematisch. Okay. Mein Gott, mein Hals heute. Ach ja. Okay, weiter geht's mit dem Advanced Dingensbumens. Hier erstmal. Gold, Stahl, Basic Circuit. Achso, ich könnte noch andere Dinge nehmen, ne? Elektro-Stahl musste nicht unbedingt. Gold, Osmium. Nehmen wir Osmium. Osmium und Superglue. Ähm. Zwei Stahl. Gold, Osmium. Steinplatten. Silikon. Und Superglue. Habe ich noch Superglue? Da, einen habe ich noch. Genau, ich habe ein paar... Das sind die... Alter, äh, die Fluid-Dock... Fluid-Konduits. Die habe ich gebaut. Und wenn wir den Kupfer da haben, dann brauchen wir die ja eigentlich fast gar nicht mehr. Das wäre ganz gut, weil die sind nämlich eigentlich insgesamt sehr teuer. Okay. So, erstmal du. Ähm... Ähm... Ja. Kurze Verwirrung. Da war ein Anruf. Von anderen, die ich nicht kenne. So. Äh, Superglue, please. Danke. Hätte noch, glaube ich, irgendwo Superglue rumfliegen gehabt. Aber finden wir später. So, ähm... Dann mal das. Und zwar, das habe ich gesagt, Osmium. Was fehlt? Nicht genügend Superglue? Das ist Quatsch. Hä? Cutter Punch Drive. Cutter Punch Drive. Hä? Richtig gut, kaltbar kalt. Kann sehr gut sein. Ja, das war die Haltbarkeit. Okay, dann einmal du und... Stahl 4 Gold, ja, okay. Stahl... Gold. Stein und Stein. Äh... Äh... Mhm. Und... Ja, Superglue hat er nicht. Ähm... Bum, 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 1000 Superglue. Wir haben noch 200. War das nicht hier? Ne, wo habe ich... Irgendwo habe ich einen Tank. Irgendwo habe ich den Tank. Irgendwo. Gut versteckt. Äh... Irgendwo, ja. Ganz irgendwo. Okay, auch nicht mehr. Das kann sein. Habe ich ihn hier dabei. Ah! Ja, okay. Äh, andersrum. Ja. Juhu! Äh, oder? Nein, das... So schnell habe ich gleich geklickt. What the fuck? What the... What the fuck? Äh, da. Okay, okay. Okay. Das war jetzt, ähm, aufgebraucht. Sehr schön. So, wo war ich beim... Hat Lars noch ein Led? Oh, ich habe nur genug gehabt. Mist. Led, led, led. Na. So, da kommt was. Da kommt's rein. Das ist immer so kompliziert zu machen, aber danach wird hoffentlich alles einfacher. Äh, Datatec. Ach, noch so ein Ding. Scheißendreck. So ein Ding. Feraburon, ups. Ähm, nur durch die Zusammenschmelzen, ist das okay. Hm? Mehr Superglue. Mehr Superglue. Ähm. Wie war das noch gleich? Aber Sepp habe ich inzwischen ganz viel. Das heißt, wir können einiges in Gummi schmelzen. Das brauchen wir dafür. Wo ist das hin? Gatsch, dinget. Sepp? Seppidi? Da. Okay. Okay, äh, dich brauche ich noch. Dich brauche ich erstmal nicht. Dann nehmen wir, ähm, nehmen wir, ähm, noch mal Osmium. Und Gold habe ich noch dabei. Erstmal Superglue. Superglue. Ah ja, Sandy Glastingsbums. Da habe ich noch, genau. Und da. Okay, okay, okay. Gut. Boom. Schmelzi, schmelzi. Schön. Steinplatten. Und Stahl. Zwei Stück. So. Nur aber. Nein. Ähm. Die können... Die können zusammengecraftet werden. So. So. Okay. So, geht's. Ausmühen. Ach, Silikun. Silikun, Silikun. Ja. Ah. Aha. Ach, Mensch. Was ist. Dann das. So. So. So, Stahl. Flipp. Und noch ein Superglue. Zack. Okay. Und darum Emeralds. Zum Glück inzwischen genug. Mh. So. Ja. Und der. Noch das Konstant. G. Mh. Und, äh. Die anderen beiden. Ja. Den. Kupfergier. Mhm. Tiberium. Stimmt. Hier hat man gar kein Tiberium. Mist. Wenn mir so viele Lezimmer für fehlt. Shit. Tiberium. Nicht Tiberium. Oh, man. Oh, das ist ärgerlich. Ähm. Hatten wir nicht. Warum steht das denn? In einem blöden Questbuch. Wo ist das Questbuch? Wo ist das Questbuch? Also hier steht zwei Crystals. Ein Ingot. Ich hab keine Ahnung. Ich schmelze jetzt einfach mal ein. Wenn es nicht passt, dann ist es halt so. Müssen wir nochmal losziehen. Aber ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ähm. Ich geh da schon mal schmelzen lassen. Also ich brauche zwei davon und wie viel davon? Fünf? Ich mach acht. Mal gucken. Vier Ingets. Aha. Aha. Ich bin gespannt. Ach ja. Hier ist ja noch ein Loch in meiner Wand. Ich guck nicht so. So. Wow. Mein Gott. Alter. Gleich drei Sachen. Holy smokes. Okay. So. Mhm. Konstant. Och. Wer hat mich denn jetzt schon wieder... Ach nee. Ich bin hungrig. Ja. Gut. Hatte ich nicht mehr was zu essen dabei gehabt? Ist das abgelegt oder gegessen? Ja. Kann man. So. Wieder einiges zu essen da übrigens. Weil halt in den Loot-Chests ja immer so viel Essen drin ist. Ich könnte eigentlich mal so einen fetten Burger nehmen. Mhm. Fischi. Gut. Wie schaut sich das hier aus? Stimmt. Genau. Irgendwie ein Nugget. Nicht. Triberium. Vier Nuggets. Ja. Hm. Tja. Guck dir denn her. Nun denn. Also. Äh. Wo war jetzt dieses Zeugs zu finden? Nimm den Gesamt. Hm. Also muss ich doch wieder in die Wüste. Blöd. Total blöd. Okay. Konstant. Und da gibt es keine andere Möglichkeit als das. Hm. Tja. Dann muss ich wohl nochmal losziehen. Yay. Kurz aufräumen hier. Und dann ziehe ich los. Bis, äh. Zum nächsten Mal. Ich glaube es ist schon ziemlich spät. Ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.